In die Kisten hier vorne und zieh die neue an. Ja, Digga, ich hab noch meinen Zuhälter, ähm... Ja, ich hab einen neuen Helm, hab ich jetzt noch nicht, nee. LOL. Nee, nee, nee! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Halbes Herz! Jo, meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Wir sind endlich mal nicht mehr allein auf dem Server, wir Muschis. Ja, heute sind wir mal mit anderen Spielern. Das wird was, hey, das wird was. Wie viel Eisen haben wir noch? Möchte ich mal direkt fragen. Ich glaub, durch alles gebrannt, letztes Moment. Nee, ich glaub, zwei hatte ich noch. Vier hab ich noch, perfekt. Weil dann machen wir uns erst mal Schilde. So. Was ist denn das für ein hässlicher Smiley? Meiner? Der hat ein Doppelkind. Mhm, ich seh's. Ähm, du solltest dich vielleicht noch hinten ins Bett legen, damit du auch hier spawnsch und nicht am Spawn. Was gibt es? Guckst du dir an? Ah, tschuld. Ja, Mann, ich hab gelernt. So, mit Rechtsklick-Klammern am Ohr, man kann perfekt blocken. Okay, ich bin echt gespannt, wie sich das macht. So, Freunde, ich hab übrigens auch neue Tastatur und neue Maus. Jetzt funktioniert mein Rechtsklick endlich wieder gescheit. Ähm, wo ist denn bitte das Bett? Muss ich hier noch durch? Ja, ja. Du musst noch ein bisschen weiterbauen. Noch weiter? Ich weiß das selber grad nicht mehr. Warte, lass mal kurz gucken. Ich höre Zombies übrigens. Warten das nochmal. Das war ein bisschen blöd so von mir. Richtig gut auf jeden Fall für den Anfang, oder? Ah, ich hab's gefunden. Ach, Schuss? Ja. You can only sleep at night. Super. Du bist so ein Arschgesicht, ne? Ja, ich hab's halt nur zugebaut, damit die Leute nicht gleich wissen, ah, da hinten Betten abbauen, zack. Ja, dann lass ab hier, lass so ein bisschen, dass es so aussieht, als wären wir, damit wir es später selber noch finden. Ja, lass einfach so, komm. Halt. Zurück. Ah, ich muss wieder voll mitmachen. Ah, Entschuldigung, es tut mir so leid. Ich brauche übrigens auch ein neues Schwert mal, wär mal ganz nice. Äh, ja, ich hab aber, ach doch, wir haben noch zwei Eisen, perfekt. Dann würde das passen. Warte, ich mach dir ein Eisenschwert. Ich hab noch, also ich hab ein Steinschwert für die Kämpfe und das Eisenschwert spar ich mir auf. Sollen wir das bei dir auch so machen? Ja, ich bin übrigens grad nochmal kurz zu den Betten, weil ich möchte jetzt noch eine versteckte Kiste machen. Ja, brauchen wir doch nicht. Wir haben noch unser Backpack, ist doch alles gut. Ja, aber für Rüstung und so. Können wir doch, das ganze Eisen können wir doch im Backpack lassen. Aber gut, wenn du der Meinung bist, warte, hier sind deine beiden Schwerter. Alter, wenn die... Haben wir grad eine Kiste da? Nein, haben wir nicht. Ja, will er noch Hey schreiben? Ja, bestimmt sehen die uns, Alter. Stress, Junge, halt dein Maul, Junge. Ey, ohne Witz, ne? Ich hab auch grad Angst. Ey, wenn die uns jetzt ficken wollen, ne? Liebe. Vor allem, warum hab ich jetzt zwei Eisenschwerter? Du hast zwei? Ja, warte mal, wenn wir jetzt rausgehen, dann würde ich sagen, ich packe meine alte Rüstung in die Kisten hier vorne und ziehe die neue an. Ja, Digga, ich hab noch meinen Zuhälter, ähm... Ja, ich hab mit ihr einen neuen Helm, hab ich jetzt noch nicht, ne? Ja, egal, haben wir eh nicht das Geld für. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall... So, auf geht's, komm. Ja, warte, ich parkier noch schnell. Ich weiß, da kommen nur Blöcke rein, aber ich muss. Das tut mir leid. Also diesmal ist Minecraft nicht mehr so dunkel. Warum auch immer? Kurz mal schnell auf den Backpack noch. Wie viel haben wir denn jetzt für uns? Warte, ich geh mal kurz, ich geh mal ganz kurz hier in die Höhle und guck mal. Also das ist auf jeden Fall lange nicht mehr so dunkel wie letztes Mal. Ja, das ist gut. Ich hab ein Skelett, warte. Ja, genau. Ja, das ist gut, wenn du ein Skelett hast, dann können wir nämlich nochmal ein bisschen farmen. Oh, das, also das Ding... Lol. Nein, nein, nein. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Halbes Herz. Oh, oh. I'm, I'm schützing you. Also das, das Schild ist, ich hab keine Rüstung an. Läuft bei Marcel, Alter. Ich hab die in die, weißt du, wo ich die hingepackt hab? In die Kiste. Ich hab dich schon gefragt, so, was ist das für eine Rüstung da? Oh, Gott. Ich dachte so, du hättest halt nochmal eine neue gemacht, weißt du? Alter, ohne Witz. Ich hab wieder zugemacht. Wir brauchen echt mehr Weizen, vielleicht hätten wir eine größere Farm machen sollen. Ja, die haben, die Leute haben schon gesagt bei mir in den Kommentaren, wir können ruhig eine größere Farm machen. Und das können wir jetzt auch mal ganz kurz machen. Denn, das reicht ja. Ja, ich will jetzt aber hier nicht kaputt machen. Nein, guck doch mal, komm doch mal her. Das reicht, wenn wir so einzelne Flächen hier machen mit Wasser. Das ist völlig in Ordnung. Ich hol mal kurz die Schlampe raus. Warte. Haha, schneller. Arschgesicht. Da steht 59, äh 69, dachte ich. So, okay. Gut. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal ein bisschen weiter. Oh, fuck. Ach nee, die haben das Spiel verlassen und sind wieder da. Wow. Hä? Was haben die vor? Warte ganz kurz. Hier, 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 hier. Kannst du hier nochmal nachpflanzen? Und so. Okay. Dann lass uns mal raus und die Typen bumsen. Ja, alles klar, weil wir auch schon so weit sind, ne? Sind wir. Wir sollten vielleicht auch echt mal überlegen, ob wir nicht in Neta wollen. Nein. Die tränken und so. Das lohnt nicht, Alter. So lange geht das Projekt nicht. Okay, sorry, du Morde. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass sich das lohnen würde. So, ich habe hier hinten zugemacht. Alles klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, macht Spaß. Ich höre nur Explosionen. Okay, gut. Mach zu. Und dann, äh. Autsch. Digga, warum ist denn hier ein Creeperhawk gegangen? Vor allem selbst, wenn Leute auf dem Server sind, wir laufen immer noch ungeschützt. Also so, 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 Ding rum, äh, ungeschlichen, wie sagt man da? Ja, gut, dann laufen wir jetzt nur noch so, du Arschgesicht. Dann würden die Folgen ja noch langweiliger. Ich habe übrigens nur vier Fleisch, ne? Ja, ich habe zwei, vier, ich habe 16, ich habe, äh, 17. Ja, du kannst mir dann später was geben, ne? Nö. Er rennt einfach trotzdem, juckt die nicht. Deine Gesangseinlagen sind schon immer die besten, halt. Ja, man, ohne Witz. Ich hoffe, du hebst die auch immer richtig schön vor. Ne, ich schneide die immer raus. Du Arsch. Ich schneide ja extrem viel bei Bloody Beach. Richtig krank, ey. Also das Ding ist, wir müssten theoretisch einfach Richtung Mitte laufen. Dann laufen wir den schon irgendwie über den Weg. Warte mal. Dann lass mal kurz Schwert wechseln, ey. Ich will nicht mit einem kaputten Schwert da reingehen. Backpack. Warte kurz. Hier, hier, hier. Ich habe zwei Sachen für dich. Nice, Digga. Ja, warte, dann muss ich das jetzt kurz alles ein bisschen schöner hinlegen. Ja, und dann werden wir von hinten gefickt. Ja, wäre nice, oder? Digga, also ich logge mich direkt aus, wenn ich die sehe. Darf man leider nicht. Alter, diese Scheißhühner, ey. Warum trifft man die denn nicht? Weil du eine Missgeburt bist. Digga, ich will nicht rausfliegen. Das Ding ist, der Kalle, den habe ich ja schon mal geguckt. Der scheint gar nicht so schlecht zu sein, was PvP angeht. Okay. Was mit dem anderen ist? Killer Crafter. Geomethisch ist auch so schwer, ne? Ja, aber ich werde die beiden... Also das neue Kampfsystem, das Ding ist, wir haben das noch nicht ausprobiert, ne? Ja, ich wollte dir eh schon mal schreiben, ob wir es nicht offline kurz mal probieren wollen. Ja, das wäre auf jeden Fall mal nach der Folge eine gute Idee. Einfach mal zu gucken. Nicht antworten, nicht antworten. Da ist EP. Das ist safe hier irgendwo. Ich antworte den einfach nicht. Also hier ist auf jeden Fall... Ja, ich will jetzt nicht hier so rumrennen, so öffensichtlich, genau, Alter, Ostdeutsch. Öffensichtlich will ich hier nicht rumrennen. Oh, ich habe so... Ich habe Paranoias, Alter. Ich habe so Parasch, ne? Das geht eigentlich. Ne, ich will nicht. Ich will aber nur nicht rauslegen. Ich will nicht, was die Teams so jetzt verleben haben mittlerweile. Das haben wir schon ewig nicht mehr geguckt. Welches Team ist das? Also wir sind acht. Ne, was die Teams so allgemein jetzt haben mittlerweile. Look, du warst gerade direkt vor mir und bist verschwunden. Ja, das hatte ich vorher auch. Hä? Team 13 hat Minus 2 Leben. Hä? Ihr drückt mal Slash Teams. Bitte. Mach mal. Team 13. Hä? Wie geht's um das? Haben da eine zweite Chance bekommen. Hier sind ein paar Hühnchen. Das wäre vielleicht... Minus 2 Leben haben. Ja, komm scharf, holen wir uns auch mal. Okay. Also wir trauen uns einfach mal ein bisschen Richtung Mitte und dann rennen wir weg, wenn wir die sehen. Und schreien ganz laut. In den Voice Chat. Wir können uns in der Rennen und so unsere Festungen entdecken, ne? Tun sie nicht. Ja, wir sind natürlich sehr intelligent, wenn wir uns trennen, ne? Also noch weiter weg auseinander. Also das Block-System und das Kampf-System, das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren einmal, bevor wir gegen die kämpfen. Ich hoffe, die 20 Minuten sind gleich vorbei. Also wir sind jetzt bei 10 schon. Läuft. Das ist doch schon mal ganz gut. Boah, Alter, ey, die Hülle kenne ich hier auch noch nicht, ne? Ja, aber uns fehlt halt auch nur noch ein Deer, ne? Egal. Oder wollen wir machen... Wir können das auch so machen, dass wir jetzt erstmal in der Nacht wieder... Ähm... Ja. Alex, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Bleib bei mir. Bin ja da, bin ja da. Alles gut. Weil ich würde hier gerne noch ein bisschen Fleisch mitnehmen, damit wir nicht wie damals in der ersten Battle-Staffel auf einmal... Kein Fleisch mehr haben. Ja. Ich kann nicht mehr rennen, Junge. Ich kann nicht mehr rennen. Äh... Okay, gut. Also ich... Ich hab... Guck mich immer noch so... Also ich guck mich immer noch so ziemlich viel um. Das Beschissene ist halt dieses scheißhohe Gras hier, Alter. Ja, stimmt. Diese Kuh geht mir auch richtig auf den Sack. Wenn du... Wenn du ein... Wenn da einer sneakt, ey, du siehst den kaum, glaub ich. Guck mich an. Siehst du mich? Ja, richtig schlecht, Alter. Ja, das Nervigste ist sowieso, dass du die Gegner da nicht triffst. Ach komm, du gehst mal baden. Ähm... Ja, ich... Ich hatte mir gerade die ganze Zeit mit den Hühnchen, wenn ihr so versucht habt, durchs Gras zu schlagen. Ja. Also ich könnte definitiv schwören, dass... Die werden sich irgendwo in der Richtung Mitte aufhalten. Oder wir haben deren Farm gegrieft. Hm. Wer weiß. Sollen wir mal dahin? Das wäre... Naja, wenn wir die Farm gegettet haben, dürfte das eigentlich... Wir haben uns die Koordinaten nicht aufgeschrieben, aber wir finden schon zuwider. Wir haben uns ja letztes Mal auch wieder gefunden. Also wenn wir die Farm... Die müssen eigentlich ziemlich behind sein dann, ne? Da hat mal wieder jemand gekämpft, würde ich mal sagen, ja. Ja, guck dich um, Alex. Ich würde jetzt nicht... Wenn du da schon was siehst, dann würde ich nicht hier unbedingt so rumlobben. Ich sehe nichts. Ja, das ist ja das Ding mit der View Distance. Manchmal tauchen die auch erst später auf. Hm. Aber ich muss sagen, ich sehe hier wirklich gar nichts gerade. Alter, was ging denn hier ab, ey? Wieso? Was stehst du da hin? Ja, als müsstest du bei mir auch jeden Moment rendern. Na, komm. Komm. Was schwimmt denn da? Was sind diese Tintenfische? Ne, ne, das war was weiß. Das ist wahrscheinlich ein Render-Ding. Ah, hier hat jemand eine Aussichtsplattform gebastelt. Was geht hier? Hier ist eine Höhle. Ja, das ist doch die Höhle, wo wir waren. Hier hast du doch die... Da steht VTS 3. Was? Ja, ich glaube, das... Keine Ahnung. Ich guck ab und zu auch mal nach unten, ob wir vielleicht... Unter uns nahmen. Ja. Ja, könnte schon passieren, so. Oh Gott. Warum sind wir eigentlich in die Mitte gelaufen? Wir haben noch gar keinen... Kein Weed. Ich weiß es auch nicht. Ich hab ja mal verbockt zu sterben, so. Ja, irgendwie schon, ne? Na, also... Ich muss sagen, sehen tue ich hier kein gar nichts. Alter. Oder die chillen sich einfach da hinten in den Cube rein und sneaken. Aber wirklich... Jetzt gleich so aus dem Boden. Bam, tot. Ja, wo wir uns... Das war auch so cool, wo wir uns gegen Domso und Weißweißer durch den Boden gebaut haben. Und die... Domso fix, aber... Äh, fix, ja. Verrat's gar nicht. Und... Äh, da haben sie doch auch... Waren sie doch auch so erschrocken, dass wir auf einmal hinter denen waren. Das hab ich mir da damals in den Videos angeguckt gehabt. Ich glaub, das soll F5 plus V heißen. F5 plus V. Ja, wenn du's von der anderen Seite anguckst, ist das hier ein F5 und das hier könnte ein Plus sein. V. Vielleicht haben die versucht, denen zu erklären, wie man irgendwas resettet oder so. Äh, äh. Sind die überhaupt noch da? Ja. Okay. Ich hör mich doppelt. Okay, das passiert auch mal zu. Warum sind wir jetzt nur ein Spawn? Ich weiß es nicht. Wir haben Bock zu sterben. Ich hab drei Weizen. Warte, BP. Wir haben 25... 28 haben wir, gut. Äh. Dafür können wir uns kein Dia kaufen. Nee, aber lass noch mal ein bisschen hier rumlaufen. Ich mein, wir könnten auch komplett mal über die Welt zu laufen. So mehr in die Richtung oder so. Ja, aber erst, wenn die weg sind, nachher. Warte, was schluss da hin? Ach, das sind Blumen. Okay. Ja, keine Angst. Da ist eine Craftingbox. Da ist ein Enderman. Ich glaub, du musst auch noch bei TS bei dir ausmachen, diese Regulierung, dass das dich runterreguliert. Hab ich alles ausgemacht. Echt, das reguliert dich aber trotzdem noch. Ja, dann machen wir das gleich. Jetzt, während der Aufnahme ist so doof ein bisschen. Mit anderen Spielern auf dem Server auf jeden Fall. Nee, ich wollte es nur angemerkt haben. Ja, machen wir, klären wir gleich. Bis später. Da ist ein Skelett, lass mal zu dem Skelett laufen und den gacken. Alter, ohne Wiss dieses Gras, ne? Warum ist das schon wieder so laut eigentlich, ey? Ich? Nee, nee, das ist Minecraft an sich. Ich hab's ja eigentlich mal vor leise gestellt. Das ist richtig cool, mit dem Schild zu blocken. Also, die prallen richtig ab, die kannst du danach auch aufsammeln. Alter, die Blumen, ne? Jede fucking Blume macht mir zu denken. Also, da sind... Könnte ein potenzieller Spieler sein. Ähm, ja. Du könntest mal mitkommen. Ja, ich bin da. Da ist nämlich ein Cobblestone. Ist da. Und, äh, in die Richtung sind ein paar... Hier sind ein paar Craftingboxen. Ich hab noch rohes, aber... Ja, du kriegst gleich was von mir. Die P bleiben noch normalerweise im Teich. Ein Enderman auf jeden Fall. Ja, den hab ich eben auch gesehen. Hinter uns ist ein Creeper. Pass auf, dass der nicht auf einmal hinter uns explodiert. Hier scheint was zu sein. Alex? Ja, bin da. Komm mit. Ich komm mit. Gemächlich. Ja, wir können hier nicht leider runter sneaken. Ja, doch geht schon. Digga. Digga, was ist denn das? Äh, Alex. Du warst die ganze Zeit Leertaste, Spam. Nee, Digga, komm einfach jetzt hier runter. Ohne Witz, ne? Aber, ich, wie gesagt, überhol mich nicht, weil ich gucke immer noch auf dem Boden, ob da irgendwas ist oder so. Übrigens, ich musste echt lachen, als ich letztes Mal hinter mir gesagt hab, oh, da ist ein Schalter und das war einfach nur Glas. Ich so, oh. Ähm. Hier wurde was. Also, ich glaube, die haben mir irgendwas zugebaut. Kannst du mich kurz covern? Also, ich hoffe mal, dass wir hier vielleicht irgendwas finden. Hinter dir, ich geh mal, bauen wir mal ein bisschen in die andere Richtung, bauen wir hier ein bisschen ab. Ich soll auch abbauen. Ja, einfach, damit wir ein bisschen mehr hier. Okay. Also, hier unten ist gar nichts. Ist das in die Richtung irgendwas? Weil die Steine sind natürlich perfekt. Die kannst du halt immer eins zu eins so hinsetzen, ne? Ja. Nee, hier ist wieder normaler Stein. Einfach mal probieren, so ein bisschen. Geht's da noch weiter runter? Nee. Da hab ich ein bisschen runter gebaut, aber da ist gar nichts mehr. Okay, er hat das Spiel verlassen. Äh, das ist immerhin, das beruhigt mich ganz ein bisschen. Gut, dann können wir ja erstmal wieder hochgehen. Äh, 1,2,3,4,5. So, das müsst ihr erstmal reichen. Okay. Kein Ding, Bruder. Kein Ding, bra. Hier ist noch eine Craftingbox. Also, sein Mate ist noch drauf. Keine Ahnung, was mit ihm ist. Hier ist noch eine Craf... Das haben wir jetzt halt keine Ahnung. Oder hat ein Disconnect, kann ja auch sein. Ja, aber steht da... Ach nee, das steht bei Minecraft ja nicht, ne? Ja gut, dann lass nochmal hier runter. Boah, Alter, was haben die... Falschaden. Was haben die denn hier gemacht? Alter, was geht denn? Enderman, guck einfach nicht an. Ey, wenn hier keine Basis ist, ne? Hier ist nur Kohle. Huch. Ähm. Hier hat sich doch irgendwer bestimmt so richtig schwul zugebaut, ey. Ohne Witz. Und das hier ist, äh... Ja, Graven, okay. Ach, wollen wir den Enderman mitnehmen? Vielleicht kriegen wir noch eine Pe... Ach, egal. Können wir. Er fuckt uns nicht ab, wir fucken ihn nicht ab. Oder? Hm. Also, ich könnte schwören, hier ist eine Base, aber ich hätte jetzt... Kein Bock, hier alles abzubauen. Das ist halt schon komisch, dass hier so extrem ausgeleuchtet ist. Ja, er ist auch weg, gut. Dann können wir uns ja mal ein bisschen freier bewegen wieder. Okay. Ähm. Also, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass hier eine Base ist, ja. Aber ich hätte jetzt keine Lust, hier alles wirklich... ...so einmal zu durchforsten, wie es nur geht. Ey, dann lass lieber mal ein bisschen über die Map laufen und so gucken, ob wir irgendwas finden. Ja, okay. Dann können wir uns ja sehr frei bewegen. Dann kann ich auch mein Kampf-Equipment ablegen. Ja, und auf dem Weg halt so viel Essen wie möglich mitnehmen, ne. Oh! Ja, vielleicht finden wir ja auch noch Sugar Cane, zum Beispiel. Ja. Da ist was. Da ist was. Mit deinem Maul, Alter. Der Witz wird alt. Hä? Also, meine Zuschauer feiern das. Welche Zuschauer? Da hat sich jemand tot gebaut? Jo. Da... Gehen wir mal rein, oder? Ja. Also, du springst einfach wieder runter, so auf YOLO-Mode. Ja, Mann. YOLO-Mode ist... Oh! Also, doch nicht frei bewegen. Ja, wahrscheinlich folgenden wir. Ja, ja. Und neue Folge machen das gleiche wie wir. Ähm. Wir machen das so, ich kann mich hier einfach runter bauen, ne? Möchtest du? Ja, baue du dich mal bei dem Holz runter. Ach ne, warte, ich springe auf das. Ja, ich wollte gerade sagen, Alter, willst du mich auf das Holz springen lassen? Ich bin komplett behindert, oder? Ich baue mich beim Holz runter, du baust hier die Steine runter. Oh, wir sehen euch hier. Ja, tun sie eh nicht, aber einfach mal umgucken. Safe is safe. Sicherheit. Ich baue mich gerade runter, ja. Okay. Okay, einmal runter bitte, danke schön. Ja, lass doch schnell runter bauen. Ja, ich bin unten, ich gehe runter. Ja, ich noch nicht, ich habe eine scheiß Spitzhacke, die schon gekacke aussteigen soll. So, ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall mal bei Alex vorbei, schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei. Hier Killer Crafter und Kalle HD, ihr könnt auf jeden Fall mal vorbeigucken. Mich würde interessieren, was die gemacht haben während unserer Folgen. Ich hoffe euch auch. Ja, aber bitte nicht spoilern, ne? Ja, nicht spoilern, wir gucken uns die Folgen nach dem Projekt an. Ihr könnt es jetzt schon machen. Exakt, dann würde ich sagen, wenn sie gewann hat, positive Bewertung. Kommentar, Kritik, alles super. Aber, solange sie konstruktiv ist, ne? Und bis zum nächsten Mal. Huah! Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!